Ich glaube aber, und ich bleibe dabei, vielleicht wird das auch allgemein hin als Verschwörungstheorie abgetan, aber ich glaube nicht an Zufälle. Das BSW wurde genau passend zu den ostdeutschen Wahlen in aller Geschwindigkeit aufgebaut. Am 16. Juli verbot Innenministerin Nancy Faeser das Kompakt-Magazin nebst dem dazugehörigen YouTube-Kanal. Und hätte das Bundesverwaltungsgericht am 14. August diesen Jahres das Verbot nicht teilweise ausgesetzt, wer weiß, ob wir dieses Interview mit der Parteivorsitzenden der AfD Alice Weidel und wahrscheinlich der zukünftigen Kanzlerkandidatin überhaupt zu sehen bekommen hätten. Denn wir wissen ja alle, normalerweise spricht man ja lieber über die AfD als mit ihr. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Nachrichtenküche. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich habe mir das ganze Interview des Kompakt-Magazins mit der Parteichefin der AfD Alice Weidel einmal angeschaut. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, liebes Kompakt-Magazin, dass ihr dieses Interview auf euren YouTube-Kanal gestellt habt. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, dass ihr euch 25 Minuten eurer Zeit nehmt. Egal, ob ihr euch das Video anschaut oder halt gegebenenfalls vielleicht auch einfach das Video nur nebenbei laufen lasst. Also sprich im Auto oder sonst irgendwas. Denn man kann dieses Interview halt auch als Podcast zum Beispiel hören. Also nehmt euch die Zeit, schaut es euch an. Und hier in meinem Video möchte ich einmal auf die für mich wichtigsten Aspekte eingehen, die Frau Weidel in diesem Interview wiedergegeben hat. Und anfangen möchte ich in dieser Hinsicht mit dem potenziellen AfD-Verbotsantrag, der ja von dem CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz initiiert worden ist. Und laut seiner Aussage soll dieser AfD-Verbotsantrag nun auch endlich Mitte November im Plenum des Deutschen Bundestages eingebracht werden. Und das ist, was Frau Weidel dazu gesagt hat. Was hier in erster Linie versucht wird, ist die Alternative für Deutschland im Parteienwettbewerb zu benachteiligen. Das ist nichts anderes. Und dementsprechend, das ist auch mein Credo, was ich immer wieder auch öffentlich sage, damit macht sich der Verfassungsschutz selbst zum Verfassungsfeind, weil die Gleichbehandlung im Parteienwettbewerb verfassungsrechtlich festgeschrieben ist. Und die AfD wird hier strukturell von den Behörden, die nicht neutral sind, strukturell benachteiligt. Und das ist ein Vorgang, der eigentlich einer Demokratie und dem demokratischen Meinungsbildungsprozess unwürdig ist. Denn um mal die ganzen Personen, weil wir sind ja auch mit mir eingestiegen, ich repräsentiere nur die Wähler. Wir kriegen zwar das als Partei ab, aber die AfD im Gesamten repräsentiert Wählerstimmen. Und das ist im Osten, haben wir in Thüringen gesehen, Höcke mit einem super Ergebnis, mit dem besten für die AfD. Jemals 35 Prozent, die anderen Kollegen, Christoph Berndt und Jörg Urban, auch mit einem Drittel der Stimmen. Das sind historische Ergebnisse. Die AfD ist weit stärkste Kraft im Bund. Wir liegen bei rund 20 Prozent plus minus. Und das sind Wählerstimmen, die wir repräsentieren. Da jetzt dahin zu gehen und diese Wählerstimmen zu diffamieren und gleich ganz auszuschließen, verstößt gegen den demokratischen Geist in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir sehen hier wirklich eine strukturelle, höchst gefährliche Störung im demokratischen Meinungsbildungsprozess. Und der wichtige Punkt hier ist der Aspekt, dass Frau Weidel gesagt hat, es geht zwar sicherlich gegen die AfD als Partei, aber diese Partei repräsentiert ja auch ihre Wähler. Fast 20 Prozent im Bund. Die stärksten Wahlergebnisse jetzt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die die AfD jemals eingefahren hat. Also von daher, es ist nicht nur so, dass der Verfassungsschutz, die Bundesregierung, Marco Wanderwitz und wie sie alle heißen, die Partei als Konstrukt angreifen, sondern, und so interpretiere ich ihre Aussage, greifen sie vor allem auch die Wähler der entsprechenden Partei an. Denn diese Wähler, die jetzt die AfD wählen, die würden ihre Stimme gänzlich verlieren, wenn die AfD verboten werden würde. Oder glaubt ihr, dass diese Wähler dann zurück zur CDU gehen würden? Oder zur SPD? Oder wie auch immer. Denn manchmal habe ich persönlich, eigene Meinung, das Gefühl, dass Mitglieder der CDU und der SPD und auch der FDP sich ganz gerne einen Bundestag aus den 80er Jahren wieder zurückwünschen, wo es durchaus klarere Verhältnisse gegeben hat. Auf der einen Seite die CDU-CSU, auf der anderen Seite die SPD und in der Mitte, da saß die FDP. Allerdings sind diese Zeiten längst vorbei. Das politische Spektrum ist vielfältiger geworden und mit vielfältiger meine ich diesmal wirklich vielfältiger und nicht die Vielfalt, die hier ständig beschworen wird. Nein, viele Aspekte sollen halt jetzt im Plenum irgendwie untergebracht werden. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass nicht mehr eine Einheitsmeinung vorherrscht. Es ist gut, dass auf der einen Seite diese Meinung dort ist und auf der anderen Seite diese Meinung. Und im Zuge der besten Argumente sollte dann dementsprechend auch ein vernünftiger Kompromiss zwischen allen Strömungen gefunden werden. Aber, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und ein weiterer Punkt, den ich herausgesucht habe, war, was würde eigentlich die AfD ändern wollen, wenn sie denn mal in Regierungsverantwortung kommen würde? Also was sind die Forderungen der AfD und wie stellt sich die AfD eine Änderung der jetzigen Situation vor? Und auch da brachte Alice Weidel einige durchaus nennenswerte Punkte. Grenzschließung, Zurückweisung von Illegalen an unseren Grenzen, rigorose Abschiebung von Illegalen und von Straftätern aus unserem Land, ohne Wenn und Aber. Dann zurück zu einer vernünftigen Energiepolitik. Wir brauchen einen diversifizierten Energiemix. Dazu gehört Kernkraft, dazu gehört Kohlekraft, dazu gehört auch günstiges russisches Gas. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir ein Verfechter dafür sind, bei aller Technologieoffenheit, aber ein Verfechter davon sind, dieses planwirtschaftliche EEG gänzlich abzuschaffen. Weil das EEG führt dazu, dass wir Flatterstrom haben und dass letztendlich der Steuerzahler dafür aufkommt, dass hier die Kosten durch die Decke gehen. Sie können einen Industriestaat wie Deutschland, wie wir es jetzt auch sehen, wo das russische Erdgas ausfällt, gehen ja die Kosten durch die Decke, können Sie einen Industriestaat nicht mit Flatterstrom betreiben. Das geht einfach nicht. Und jetzt geht doch noch die Ampel daher und will das Ganze auch noch subventionieren. Also er will die Differenzbepreisung auch noch mit subventionieren. Und da sprechen wir von jährlichen Kosten von bis zu, also zwischen 10 und 20 Milliarden Euro. Also das ist unglaublich. Also dieser Staat, der ist pleite, er hat kein Geld. Unsere öffentliche Ordnung erodiert. Wir haben ein völlig aus dem Ruder gelaufene Steuer- und Abgabensystem. Wobei ich bei einem letzten Punkt wäre, was ich persönlich noch in Angriff nehmen würde, das ist die steuerliche Entlastung, als auch die Entlastung der Sozialabgaben vor allen Dingen im Niedriglohnsektor. Wir müssen die Zuverdienst, Hinzuverdienstmöglichkeiten müssen wir fördern. Und wir müssen vor allen Dingen fördern, dass Arbeitnehmer nachher genug bleibt. Und das kann nicht sein, dass Menschen, die einen Job haben, fast die Hälfte ihres Einkommens zahlen müssen. Und da müssen wir ran und wirklich gehörig entlassen. Wir haben die höchsten Steuern und Abgaben. Das ist doch der Grund, warum die Leute in Scharen auswandern. Nicht erst heute, sondern das fing um die Jahrtausendwende an. Aber, ihr kennt es, das Beste kommt ja wie immer zum Schluss. Und auch hier in diesem Interview kam für mich wirklich der entscheidende Punkt, die entscheidende Frage, die mich persönlich zurzeit auch wirklich sehr interessiert, wenn man jetzt zum Beispiel nach Sachsen, Thüringen und Brandenburg und die dortigen Sondierungs- bzw. Koalitionsgespräche verfolgt. Wie steht die AfD eigentlich zur Partei BSW? Und hier sagte Alice Weidel etwas ganz Bedeutsames, meiner Meinung nach. Also hört einmal genau hin, was diese Frau hier quasi zu Protokoll gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass dort politisch etwas entstehen kann zwischen AfD und BSW. Weil das BSW zu unklar ist in ganz vielen Punkten. Wo wir Gemeinsamkeiten haben, ist in der Corona-Maßnahmenpolitik, dann in Friedensverhandlungen für die Ukraine. Und dort haben wir Gemeinsamkeiten. Ich glaube aber, und ich bleibe dabei, vielleicht wird das auch allgemein hin als Verschwörungstheorie abgetan, aber ich glaube nicht an Zufälle. Das BSW wurde genau passend zu den ostdeutschen Wahlen in aller Geschwindigkeit aufgebaut. Die haben die Personaldecke nicht und sie haben viel zu wenig Mitglieder. Und Entschuldigung, ich habe hier, ich muss hier nochmal mit in die Nase pritzen. So, und darum finde ich das alles ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, weil auch Frau Wagenknecht selbst vorher auch gezeigt hat, dass sie nicht unbedingt belastbar ist, wenn sie einen Burnout bei einer sehr kleinen Fraktion hatte und, und, und. Vielleicht haben da noch andere Faktoren reingespielt. Das will ich jetzt mal offen lassen. Aber insgesamt haben alle Beteiligten nicht das Profil, so ein Ding so schnell hochgezogen zu haben. Dann, was auch noch auffällig ist, mit welcher Systematik Frau Wagenknecht ihre neue Partei verkaufen kann. Sie sitzt in allen Talkshows, sie wird überall hin eingeladen. Und hier wurde ganz systematisch ein Mehrheitsbeschaffer aufgebaut. Und das sehen wir jetzt in allen drei ostdeutschen Bundesländern. Und ich glaube nicht an Zufälle. Also dafür sind wir alle intelligent genug, wo die Interessenlage ist. Man hat für die etablierten Parteien, man hat einen Mehrheitsbeschaffer aufgebaut in der Figur von Sarah Wagenknecht. Vielleicht will sie das ja auch gar nicht. Vielleicht ist sie sich dessen auch gar nicht bewusst. Also vielleicht macht sie da auch gar nicht mit und hat tatsächlich ihre Überzeugung. Oder es steckt noch was anderes dahinter. Aber Fakt ist, dass das BSW die regierungskritische Opposition gespalten hat. Und das ist Fakt. Und damit müssen wir umgehen. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob der Wähler das akzeptieren wird langfristig, weil es ja zu einem führt. Das BSW führt dazu, dass sich die Mehrheiten der etablierten Parteien möglicherweise manifestieren können und dementsprechend ein Politikwechsel nicht stattfindet. Und ja, in der Politik, da gibt es keine Zufälle. Alles das, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, das hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit Zufall zu tun. Auch die Gründung des BSW ist kein Zufall. Und die Unterstützung, über die Frau Weidel hier gerade gesprochen hat, da sagte sie ja auch, sie gab ja das Beispiel der Medien an. Und ja, wenn man sich die Statistik anguckt, wie oft zum Beispiel ein Mitglied des BSW jetzt in den Talkshows gewesen ist, sei es nun zum Beispiel die Parteigründerin Sarah Wagenknecht, dann merkt man schon, ja doch, da ist durchaus eine Unterstützung vorhanden. Und sie sagte ja auch, dass das BSW die regierungskritische Opposition gespalten hat. Sie hat es so ausgedrückt. Andere, und das sehe ich auch hier bei meinem Kanal in den Kommentaren oder bei mir auf meiner Telegram-Seite auf X und wo ich überall selber unterwegs bin, da wird wirklich sehr häufig geschrieben, dass das BSW es geschafft hat, innerhalb von nur zehn Monaten zur jüngsten Altpartei der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und mein Fazit bei der Geschichte, ein durchaus gut strukturiertes Interview mit Höhen und Tiefen. Sicherlich nicht alles, was in dem Interview vorgekommen ist, hat meine vollste Zustimmung. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie schwer es ist, ein Interview mit einem durchaus hochrangigen Politiker zu führen. Also von daher, die beiden Moderatoren haben das durchweg souverän gemacht. Und das Allerwichtigste bei der Geschichte ist, wenn man das vergleicht, dieses Interview mit den Auftritten zum Beispiel im Fernsehen, öffentlich-rechtliches, Weltduell und so weiter. Und was es da alles gegeben hat, wenn die AfD mal dabei gewesen ist. In diesem Interview hat man Frau Weidel ausreden lassen. Und es gehört einfach zum guten Ton, wenn man sich in einem Gespräch befindet, auch in einem Interview sich befindet, dass man den gegenüber denjenigen dann auch ausreden lässt. Selbst wenn er, und man das als Moderator weiß, selbst wenn er falsch liegt, dann kann man danach immer noch intervenieren. Dann kann man danach noch sagen, ja Moment mal, Sie haben gerade gesagt das. Aber das, was wir in den letzten Monaten und Jahren in Bezug auf die AfD und ihren Politikern und deren Interviews gesehen haben, ja, zwischen diesem Interview hier von Kompakt und den Interviews, die ihr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen seht, da liegen Welten. Und von daher, meine Lieben, schaut es euch nochmal in aller Ruhe an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch 25 Minuten eurer Zeit nehmt. Und dieses Interview entweder halt schaut oder halt gegebenenfalls einfach während der Arbeit, während des Essenkochens, während des Autofahrens, vielleicht auch während des Fahrradfahrens oder sonst irgendwie, vielleicht auch gegebenenfalls einfach nur hört. Und von daher danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag. Kurzer Hinweis am Rande. Heute, Dienstag, muss der Stream leider ausfallen. Das heißt, ich bin erst morgen Abend ab 17 Uhr wieder im Stream live zu sehen. Ansonsten, ihr kennt's, bin ich der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns jetzt allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schneiden und mehr Steuern zahlen müssen, einfach abgewählt gehört.